Du willst eine WordPress-Website von einem Hosting zu einem anderen Hosting transferieren. Das ist manchmal ein bisschen tricky, vor allem wenn die Website auch eine gewisse Grösse hat. Und da kann man den Pro-Weg gehen und alle Dateien herunterladen und hochladen am neuen Ort und die Datenbank exportieren und importieren am neuen Ort. Aber das ist sehr technisch. Oder du kannst es mit Migrations-Plugins versuchen. Und das demonstriere ich jetzt hier hoffentlich vor, an diesem Beispiel meine .videokraft.net. Das ist ein Subdomain von videokraft.net. Das ist eine WordPress-Installation mit Online-Kursen drin. Also mit Learn-Dash-Videoproduktionskursen drin von meiner Frau. Und das soll auf einen neuen Hoster rübergehen. Manchmal wollen wir einen Umzug machen, aus welchen Gründen auch immer. Ich zeige jetzt den Weg mit einem WordPress-Migrations-Plugin. Und vom Grundprinzip her heisst das, du installierst dieses Plugin auf dieser Website, die live ist. Du erstellst eine leere WordPress-Installation am neuen Ort. Und das ist meistens heute mit zwei, drei Klicks getan. Und installierst das Plugin dort auch. Und dann machst du einen Export an einem Ort und einen Import am neuen Ort. So weit, so gut. Jetzt heisst die Website meine.videokraft.net jetzt live. Und ich kann natürlich nicht gleichzeitig zwei Websites haben mit der gleichen Adresse. Das heisst, ich habe jetzt am neuen Ort eine Website meine2.videokraft.net eingerichtet. Da hat es jetzt noch kein WordPress drauf. Das ist leer, aber das ist schon mal grundsätzlich eingerichtet. Okay, wish me luck. Ich habe also die Grundeinstellungen gemacht, um jetzt WordPress zu installieren auf meine2.videokraft.net. Und das ist jetzt schon scheinbar soweit. Mal schauen. Peng, ich habe jetzt ein leeres WordPress mit nichts drin. Ich kann jetzt also reloaden hier. Das ist das Standard WordPress-Theme mit nichts. Jetzt das Plugin, das ich verwende für die Migration, heisst Duplicator. Du kannst also hier oben jetzt rechts eingeben Duplicator mit C. Und findest dieses Plugin Duplicator WordPress Migration and Backup Plugin. Weil diese Website jetzt ein bisschen grösser ist, nämlich zwei Gigabyte oder so. Das geht wahrscheinlich nicht mit dem kostenlosen, aber für kleinere Websites kannst Du das mit diesem kostenlosen Plugin tun. Ich verwende jetzt Duplicator Pro, also kostet ein bisschen was. Ich habe jetzt Duplicator installiert auf dieser neuen Website meine2.videokraft.net. Da könnte ich jetzt Datei importieren, aber dazu muss ich natürlich jetzt zuerst den Export machen von der aktuellen Live-Website. Dazu gehe ich zur Live-Website, logge hier ein und bei Plugins füge ich Duplicator auf dieser Seite auch hinzu. Du kannst hier auch die kostenlose Version versuchen. Mit einer kleinen Website funktioniert das wunderbar. So, ich habe Duplicator auch hier installiert auf der aktuellen Live-Version, die exportiert werden muss. Und was ich jetzt erstelle, ist ein Exportpaket, das die WordPress-Dateien, die Datenbank, alle Mediendateien, alles, alle Einstellungen, alle Plugins beinhaltet, damit ich nur dieses File am neuen Ort importieren kann und alles genau wie gehabt dort dann erscheint. Dazu gehe ich hier auf Neuerstellen. Das erstellt jetzt einen Namen, ganz okay. Ich klicke jetzt einfach weiter, ohne was auszuwählen und die Geschichte scannt jetzt die Seite. Die Seite sieht jetzt alles gut aus, alles auf grün. Das sieht sogar so aus, dass es so klein ist, die Website viel kleiner als ich dachte, nämlich nur 240 Megabyte. Das wäre jetzt auch mit der kostenlosen Version gegangen und ich gehe jetzt auf Erstellen. So, das ging jetzt einige Minuten, ein bisschen Geduld gehabt und ich habe jetzt dieses File fertig erstellt. Es ist nur noch 94 Megabyte, das ist komprimiert. Ich kann jetzt herunterladen, klicken und jetzt beide Dateien oder nur das Zip. Ich muss nur das Zip herunterladen, speichern. Das geht recht schnell. Und jetzt gehe ich zu meiner neuen Website, meine2.videokraft. Das sieht jetzt immer noch wie ein Standard WordPress aus, sollte aber nachher das Gesicht von Judith haben. Wir gehen jetzt im Backend-Bereich auf Duplicator und wählen jetzt hier dieses Zip-File. Und hoffen jetzt, dass der Import klappt und alles dann genau so ausschaut, wie es sein soll. Dass alle Studenten, Studentinnen auch Zugang haben zu den Videolektionen. Mal sehen. Ich muss zuerst hier noch fortfahren klicken, bevor es gemacht wird. Also da Installer ausführen. Da werde ich ein bisschen gewarnt, dass das natürlich die Daten überschreibt, die jetzt da sind. Ich checke hier meine zwei, da sind wir immer noch auf dieser Demo-Website, Installer ausführen. Da werde ich noch mal gewarnt, dass das alles überschreibt. Also aufpassen damit. Ich muss da dann klicken und sagen Next. Es ist sehr, sehr wichtig, dass du hier wirklich aufpasst, dass du nicht irgendeine andere Website überschreibst. Es sind jetzt 14.590 Files, die überschrieben werden und die Datenbank dazu. Mal schauen, wie lange das geht. Ich beschleunige das im Video natürlich. Wow. Das ging nur ein paar Sekunden. Sieht alles gut aus. Und ich gehe jetzt mal da hin und reloade das. Bang. Und die Website sieht genau so aus. Da jetzt noch ein paar Sicherheitseinstellungen, die auf den Videos nicht stimmen, weil die URL jetzt meine 2.videokraft.net ist. Das werde ich aber noch umstellen müssen. Dazu muss ich in meinem Hosting ein paar Dinge umstellen und dann auch die DNS-Einträge so umschreiben, damit sie nicht mehr zum alten Hosting zeigen, sondern auf dieses neue Hosting. Das sprengt ein bisschen den Rahmen von diesem Video. Aber hier hat alles wirklich wunderbar geklappt. Ich kann jetzt Admin-Login gehen und einloggen mit meinen Daten. Das hat alles wunderbar geklappt. Das ist also eine super einfache Art, eine WordPress-Website von einem Hosting zu einem anderen Hosting zu migrieren. Wenn du weitere solche Tipps willst, dann abonniere diesen Kanal. Und wenn du Fragen hast, gerne unten in die Kommentare. Und vielleicht kann ich da was antworten dazu. See you soon. Bye bye.